Neymar wird Weltfußballer werden, wegen seiner Qualitäten. Ich habe keinen Zweifel, dass er eines Tages den Titel gewinnen wird. Er hat riesiges Potenzial. Er ist ein Spieler mit vielen Qualitäten und er kann so weit kommen, wie er möchte. Ich bin glücklich, mit vielen fantastischen Spielern Seite an Seite auf dem Platz zu stehen. Und er ist sicher einer von ihnen. Ich bin nicht im Wettstreit mit Cristiano Ronaldo. Ich spiele mein Spiel, ich mache meinen Job und ich will mit Sicherheit keine Rivalität. Weder zu ihm noch zu sonst wem. Persönliche Auszeichnungen interessieren mich weniger. Die Rivalen, wie ich oft gesagt habe, sind die die Rivalen. Die Rivalen sind die Rivalen. Die Rivalen sind die Rivalen. Die Rivalen sind die Rivalen.